ein wunderschönen guten tag mein name sie aus dem crypto café crypto trainer es geht um reines entertainment ein bisschen was für informationen dass ihr für euch sammeln könnt vielleicht und aber hauptsächlich in unterhaltung definitiv keine finanzberatung heute mal ein zusammenfassendes video als update zum wo ich glaube zwei drei monaten schon mal gemacht zum thema gefahren eben die fall ja wenn ihr als anfänger entscheidet sich von den exchanges von den zentralisierten instanzen euch zu trennen und auch die change zu gehen existieren sehr viele möglichkeiten wie ihr geld verlieren könnt und darauf will ich euch einfach hinweisen dass ihr vielleicht die ein und andere fehler nicht selber begeht kommen wir dazu aber wir haben drei zwei bereiche drei er der erste ist natürlich eine rein aus aus eigenen fehler heraus dass ihr etwas verliert ja der zweite ist natürlich nur wenn andere leute für euch fallen stellen wo es sehr sehr viele von sehr viele gibt im defi space und der dritte ist natürlich muss keine falle sein aber kann auch ein schlechtes projekt sein als schlecht investiert einfach dass ihr da geld verliert ja so das erste natürlich ich denke von sehr vielen leuten habe ich auch selbst schon mal beinahe erlebt ja dass man praktisch von den exchanges runter auf die chain selbst was falsches eingibt wenn es auch beinahe ist kucoin ftx wie die alle heißen seid ja und ihr entscheidet euch okay meine bitcoin mein islam nehme ich jetzt von den exchange runter auf die chain dass ihr die coin richtig auswählt und jetzt kommt es gibt zwei teile einmal die adresse ja die trägt ihr hier ein das findet ihr meistens in eurem metamask ja in dem hier hier oben auf den copy klingt klickt ja da ist dieser langer string lange zeichenkette in der zwischenablage und hier fügt ihr hier ein ja das ist der erste teil so der zweite teil ist das netzwerk das kann sie so betrachten wie naja das erste ist die adresse der briefkasten der straße name plus dein name der zweite das netzwerk ist praktisch die stadt ja und in jeder stadt gibt es millionen deutsche adressen ja und und diese die können auch auf unterschiedliche städte genau alle gleich heißen ja so ist es und wenn ihr aber die falsche stadt eingibt ja auch wenn ihr die richtige adresse gibt könnt ihr nicht dort hingehen und den briefkasten aufmachen weil ihr dafür halt nie den schlüssel habt ja das ist halt diese gefahr die richtige kombination aus adresse und die richtige stadt also in dem fall die netzwerk ist ganz wichtig wenn man beides da eingibt das aushalt alles gut ja die definitiv drei vier fünf mal überprüfen es geht kommen auch schon zum zweiten punkt der zweite punkt ist nämlich den falschen korn ja das habe ich selbst tatsächlich auch erlebt ja ich habe bitcoin auf ethereum transferiert um dort war die absicht tatsächlich mit bitcoin auf ethereum blockchain zu investieren in uniswap zum beispiel oder ein ein anderer und dann erschien das einfach nicht ja und mein fehler habe ich in der herausgefunden war natürlich dass er ritt die richtige bitcoin wenn du das auf ethereum blockchain transferiert sorgt dieser transfer nicht dafür dass der dein bitcoin dort als wrapped bitcoin ankommt weil auf ethereum wird mit wrapped bitcoin gearbeitet nicht mit richtigen bitcoin so und das ist das problem ja das heißt diese bitcoin wenn ich den jetzt auszahlen dann sehe ich den nicht und damit kann ich auch nichts machen ja zum glück wenn du die adresse hast von dem bitcoin welches auf der ethereum blockchain liegt ja das seht ihr dann wenn ihr mit dem isa scan drüber geht könnt ihr diesen coin zu eurem wallet hinzufügen und dann den coin euch zurück auf der exchange schicken das heißt ich habe da an der stelle nichts verloren außer natürlich die gas fee die ich einmal die zahlen zahlen musste er zweimal eher gesagt aber das ist der punkt transferiert die richtigen coins erkundigt euch erst lest durch ob der coin dort unterstützt wird wohin schicken wollt ja so der dritte punkt gas fee ja das vergessen einfach so viele menschen auch ich mehr als einmal mehr als einfach mal definitiv ja wenn ihr irgendwo hingeht also wenn ihr auch von der exchange runter auf ethereum auf beinahe irgendwo hingeht transferiert als allererstes oder zumindest direkt selbst ja den coin der dort als gas benutzt wird gas ist praktisch wie wie die maut ja die ihr bezahlen müsst ab der ersten kilometer wenn ihr auf der giant chain unterwegs seid wenn ihr das nicht habt in deren eigenen währung es gibt einige weniger wie bei wie terra da könnt ihr in luna oder in ust die gas fees bezahlen aber die meisten unterstützen das teilen nicht und dann könnt habt ihr euer coin dahin transferiert und könnt ihr nicht bewegen ihr könnt gar nichts machen ihr könnt ihn noch nicht mal zurückschicken weil ja eben kein gas wie habt also kein maut wir also müssen in zweiter welle noch mal den eigenen token bei beinahe ist bmb bei polygon ist es matic ja aber ich sehe natürlich serien auf avalanche 2x und so weiter denkt an die gas fies so das ist der dritte punkt jetzt kommen wir zu den fremd mit fremdeinwirkung ja das meiste allemal meiste was einmal gestohlen wird ist natürlich sieht sieht frage ist das was ihr bekommen habt als ihr anfänglich euer metamask eingerichtet habt ja da wird euch diese 16 oder 12 wörter angezeigt die ihr euch aufschreiben wollt dort und genau so ist es ja notiert es nicht als ein bild als foto oder im pc irgendwo ich habe zwei mal ein seed phrase auch physikalisch ja gesichert und die sind irgendwo weggeschlossen ich habe selber nicht noch nicht mal den schlüssel dazu das heißt ich kann gar nicht in die falsche versuchung reinkommen und sagt jetzt brauche ich doch mein seed phrase ja da kann mir nicht passieren und also da gibt es sehr viele möglichkeiten das allererstes natürlich webseiten ja ich bin auch selbst stundenlang nicht schon aber 30 minuten in herbst abgehangen ja bis dann der mann gesagt hat ja gehen sie bitte auf unsere herber seite der extrem seriös getrunken klungen hat er kannte sich mit der materie aus ja der hat mir auch dies und das gezeigt der ist echt der ist nicht gefällt der ist kein faker oder so aber der dann gesagt gehen sie mal auf die untere seite verifizieren sie einmal ihren metamask das was sie am meisten sagen ja ihre metamask funktioniert vielleicht nicht richtig verifizieren sie sich bitte ja dann geht ihr auf die seite die seite sagt okay verifizieren sie bitte ihr metamask indem sie ihren seed phrase eingeben und wenn ihr euch nicht auskennt dann holt ihr euer seed phrase raus gibt einfach die 16 wörter ein und zack seid ihr euren wallet los ja das allererste das zweite ist natürlich e-mails e-mails phishing gibt es einfach viel zu oft ja klickt ihr auf den link drauf installiert sich entweder eine chartware das ist auch der nächste punkt oder ihr werdet auf so einer seite umgeleitet ja und e mail adresse fälschen das glaube ich wissen alle ja das geht viel viel zu einfach da steht dann einfach eine e mail die kommt von coinbase.com support.com bis kommen oder oder keine ahnung hilfe bei 1.com oder sowas ja dann denkt ihr das ist eine richtige e mail er sieht auch echt aus klickt ihr auf den link gibt euer seed phrase ein zack dann seid ihr euer wallet los und malware ist natürlich ganz übel das heißt da müsst ihr ja noch nicht mal selber eine seed phrase eingeben wenn ihr aus versehen auf eine falsche seite seid ja und da ich mal euer system nicht aktualisiert ist oder sonst wie ja und es installiert sich malware auf euer system dann kann das malware natürlich nicht ein seed phrase weil das seed phrase liegt ja irgendwo außerhalb abgreifen aber das kann euer wallet manipulieren das heißt ihr könnt zum beispiel beim transfer eine adresse eingeben hier ja klick auf ok und im hintergrund ändert das malware die eure eingabe was ihr in diesem feld getätigt habt und dann landet das geld was ja eigentlich auf eure eigene wolle zahlen wollen irgendwo anders ja ohne dass ihr was dazu getan habe das sind das ist ein alt ganz gefährliche da so wir haben coinfishing was ist coinfishing coinfishing heißt einfach es gibt es gibt coins ja das was wo was wollte ich eigentlich mit coin jetzt war ich gar nicht mehr selbst damit gemeint ich glaube ich meine das ein bisschen weiter mit dem punkt acht das kann man ich glaube zusammenpacken ja es geht darum dass wenn ihr jetzt ist das ein bisschen weniger geworden aber es popt trotzdem regelmäßig auf und vor allem auch in telegram gruppen oder auch in discord ja dann werden werden euch ja meine videos gezeigt auf youtube habe ich das selbst gesehen ich habe das auch selbst reportet das sind einfach wenn ihr auf youtube geht sowas hier die bekanntesten gesichter der crypto industrie von den ganzen chains ja die man halt oft regelmäßig interviews ja mit großen sender und wo die natürlich nur selbst zu sehen sind und dann beantworten die bestimmte fragen dazu und so weiter und dann nehmen die leute diese interviews ja packen ihr eigenes gesicht links oder rechts daneben sieht richtig professionell und ernsthause wie wie eine live interview ja und dann blenden die unten so ein balken ein ja zahlbeinance rewards.com oder sowas ja und die meisten leute die die ich habe selbst solche interviews geguckt ja weil einfach der 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 sie sie einfach viele richtig interessante sachen erzählt hat ich habe das natürlich nur als audio ja reingezogen aber diese diese adressen die sind alle fake das heißt ihr geht ja auf diese adressen dann bieten sie euch an und das ist echt aus da steht da ja geben sie ihre wallet adresse an überweisen oder nicht überweisen aber schicken sie uns so viel bei einem smart bmb wie sie möchten ob das 0,01 0,1 oder 1 ist bis maximal 210 bmb und sie kriegen das doppelte von uns zurück ja von von sie sie weil der macht gerade das interview und das ist ein giveaway sozusagen werbung für die für die eigene chain sowas gibt es einfach nicht gibt es nicht vergisst es ja niemand wird euch schenken ja die die tatsächlich airdrops oder sowas machen die machen das ohne es vorher anzukündigen oder den genauen zeitpunkt warum naja überlegt euch mal die die viel geld haben die könnten sonst einfach alles abgreifen was sie wollen wenn die sagen wir einfach da ich mal eine million bmb jetzt verschenken würden wollten ja und so eine seite erstellen was spricht denn dagegen dass jemand der der milliardär ist einfach sich eine million bmb kauft die million darüber schickt und den kompletten topf abgreift sprich überhaupt nichts dagegen ja und das ist ja wenn die wirklich sowas machen wollten überhaupt nicht deren zweck ja dann würden die theoretisch einfach snapshot machen und die eine million token an die keine ahnung 1.000 zufälligen wallets verschicken ja was so was macht man einfach nicht also gibt es nicht da so das ist kein phishing nächste metamask da gibt es viele gerüchte ja und auch ich war mir nicht sicher und habe mich ein bisschen auch eingelesen es gibt kein metamask hack so gesehen ja was es gibt allerdings ist sind seiten da geht ihr drauf und dann poppt so ein pop-up auf ne zb bei open sea ja bei nft und so weiter und im pop-up steht dann sowas wie ja wir brauchen erlaubnis ne zum handeln das kennt ihr auch wenn ihr zum ersten mal liquidity providing oder sowas macht müsst ihr am anfang mal einmal approve machen ja und diese approve ist auch ganz oft ohne limit ne und die könnten theoretisch was programmieren wie dass du approves alle über alle coins oder die du besitzt oder alle items in dein wallet die freigabe für dieses programm was du gerade approves aber diese seite dass der deine coins einsetzt ja oder verkauft oder was transferiert und das ist der punkt worauf ihr und ich achte auch selbst viel mehr drauf seit seit einiger zeit dass eben wenn sowas kommt ich nicht einfach auf ok drücke sondern genau lese das sind eigentlich nur ein zwei sätze ja was du approves was du frei gibst und wenn ich darauf achte es gibt man könnte das smart contract so programmieren dass es gewisse lücken ausnutzt und dann in dem du tatsächlich das frei gibst ja du gibst das frei dass die deine coins nehmen dürfen oder einsetzen oder verkaufen dürfen ja dann kannst du natürlich die coins in deinem wallet verlieren aber nicht anders die können nicht einfach hingehen und aus deinem wallet die sachen rein rausnehmen ja indem du auf den ft auf öffnet also so falsche coins das ist ganz wichtig vor allem auf 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 farben ja wo ganz sich unterschiedlichen coins zu kaufen gibt oder wo du liquidy provide wenn ihr zwar auf auf so eine seite wie dex guru gehst ja und ihr gebt sowas ein wie keine ahnung time ja und dann seht ihr hier schon time 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 das ist noch nicht mal viele ja und das ist der punkt jeder kann auf diese dexes auf das pancake oder sonst irgendwo auch wie sie kann einen eigenen coin erstellen mit einem beliebigen namen ja das einzige unique ist die adresse diese ganz langen strengen und deswegen wenn ihr nicht sicher seid ob ihr ein coin kaufen wollte oder nicht geht auf die explorer das gibt es für jeden chain ja auf avalanche heißt es mittlerweile snow trace warum auch immer und auf alle anderen heißt es bmb explorer oder scanner ist immer heißer isa scan ja und und dann geht ihr dort auf die adresse ja und wenn ihr hier das da eingibt dann seht ihr natürlich es gibt clocks das ist auch ein time token small village im time token hier gibt es ein time token und so weiter und wenn ihr dann auf diesen token geht ja ich gehe mal jetzt nicht auf den richtigen sondern ich gehe mal auf diesen token ja der heißt auch time und es gibt fünf adressen die diesen time token halten also hundertprozentig nicht der richtige time token ja und na also seid seid euch sicher dass das was ihr auf den exchanges kauft auch der richtige token ist das ist der falsche coin kaufen genau das habe ich gerade erwähnt das mit den falschen interviews und ja und das was am allerwichtigsten und allermeisten ihr darauf achten müsstest natürlich was ihr kauft wo drin ihr investiert ja also vorstand nach dass jede minute die investiert gut investierte zeit weil das sind die das ist die zeit wo ihr auch ich habe mich hinterher geärgert sich die zeit nicht aufgebracht habe und die falschen projekte mit reinkaufen und dann verlust gemacht habe ja ja das war's kurz und knapp die die einfachsten stolper fallen wenn ihr ins defy reingeht schreiben hier drunter falls ihr euch noch was einfällt ja was fehler sein könnte oder steuer verfallen ich werde es gern in dem nächsten video mit der überarbeiten und ja bis dahin ich bedanke mich bei euch mein name ist die ciao ciao